Willkommen zu diesem Video über das Vorfeld im deutschen Satz. Wir sind also immer noch bei der deutschen Syntax, genauer gesagt bei der Satzanalyse und im unabhängigen Aussagesatz. Und wir schauen uns jetzt an, ob die Tests, die ich Ihnen bisher gezeigt habe, auch dann funktionieren, wenn wir zum Beispiel Nebensätze im Vorfeld haben. Wir schauen uns einfach wieder direkt so einen Satz an. Wir beschäftigen uns wieder mit Literatur. Weil es gut ist, lese ich das Buch. Und wie immer würde ich Sie bitten, jetzt als erstes rauszufinden, wo die linke Satzklammer ist. Dafür haben wir ja eine Technik mehrfach besprochen. Halten Sie das Video kurz an und überlegen sich, wie Sie das machen und was dabei rauskommt. Der Ja-Nein-Fragetest führt zu diesem Ergebnis. Lese ich das Buch, weil es gut ist, ist. Und Sie können hier genau wieder mechanisch vorgehen und sagen, welches Verb ist hier an den Anfang gerutscht. Und das ist in diesem Satz hier oben, wie in jedem anderen Satz auch, die linke Satzklammer, beziehungsweise das bewegte Verb. Alles, was davor steht, ist komplett das Vorfeld, so wie es da steht. Oder die zusätzliche bewegte Konstituente. In dem Fall würden wir das jetzt eine KP nennen, die bewegt ist, deswegen der Index. In anderen Ansätzen heißt das dann CP, aber wir nennen das KP. Das Wichtige ist, dass hier, was die Anwendung des Tests angeht, sich überhaupt nichts ändert. Sie machen exakt dasselbe wie in einem Satz, wo hier kein Nebensatz im Vorfeld steht. Deswegen ist dieser Test so gut, weil er so robust ist. Und ein typischer Fehler, wenn man diesen Test nicht anwendet, ist einfach zu sagen, na, ich suche das erste finite Verb. Das ist in dem Fall ist. Und das wird schon die linke Satzklammer sein. Ist sie aber nicht. Das hier ist die rechte Satzklammer von diesem eingebetteten Nebensatz. Nur am Rande. Für diesen ganzen Hauptsatz ist die linke Satzklammer Lese. Auch für diesen Nebensatz hier im Vorfeld gilt, wenn Sie das komplett alles analysieren wollen, müssen Sie für diesen Nebensatz, genauso wie für Nebensätze im Nachfeld, eine komplett eigene Felderstruktur aufbauen. Für diese gesamte Struktur ist das einfach nur das Vorfeld. Und jetzt machen Sie sich bitte einmal kurz Gedanken darüber, wie Sie die rechte Satzklammer von diesem gesamten Satz, den Sie hier vor sich haben, finden. Halten Sie das Video kurz an. Dass ich das Buch lese, weil es gut ist. Damit haben Sie diesen gesamten Satz hier oben als Nebensatz umformuliert, in dem wieder ein Nebensatz drin ist. Der rutscht dann hier übrigens ans Ende. Und jetzt lokalisieren Sie in diesem Nebensatz die Kette von Verben, in der das Verb, was hier oben in der linken Satzklammer steht, wieder auftaucht. Das ist hier wieder eine Kette nur mit einem Verb. Lese. Und jetzt gehen Sie hier oben hin und suchen den Rest von dieser Kette von Verben. Das muss aber auf jeden Fall nach der linken Satzklammer sein. Ich das Buch, ich das Buch lese. Das heißt, hier bleibt wieder nichts. Das heißt, das ist die rechte Satzklammer. Das ist der leere Verbalkomplex. Und dann haben wir hier unsere VP und hier unser Mittelfeld. Sie sehen jetzt auch hier wieder, dass diese Tests Ihnen helfen, zu einer Analyse auf systematische Weise zu kommen, wo Sie ganz viele Fehler nicht machen können. Das ist natürlich jetzt hier auch gleich schon wieder eins von diesen speziellen Fällen, wo die rechte Satzklammer leer bleibt. Ich würde Sie bitten, sich einfach noch mal ein paar Sätze anzugucken, wo das vielleicht nicht der Fall ist. Fangen Sie zum Beispiel an mit, weil es gut ist, habe ich das Buch gelesen. Machen Sie doch einfach mal eine Analyse, mindestens für diesen Satz und schauen Sie, wie die Tests da funktionieren. Und ich verspreche Ihnen, die funktionieren da genauso. Das war es auch schon wieder für dieses Video. Fragen und Anregungen schreiben Sie mir doch in die Kommentare und ansonsten bis zum nächsten Mal.